Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XII, der zweite Versuch für diese Aufnahmesession. Beim ersten Versuch war leider kein Spielsound mit dabei, was echt ätzend ist. Naja, mein Vorteil ist, ich hatte eigentlich Sachen geplant, die nicht so klappten, wie sie sollten. Also lassen wir das erstmal sein. Also bezogen auf Mobjagd. Bestimmte Mobs sind dann doch noch nicht zu schaffen für mich momentan. Entweder leveln wir zwischendurch ein bisschen mehr oder wir lassen das dann halt einfach erstmal ganz sein, was diese bestimmten Mobs angeht. Und wir machen jetzt aber erstmal hier weiter, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede. Was ist dein Begehr? Dies ist die Heimat der Garif. Kinder der Hume haben hier nichts zu suchen. Einfache Wanderer sind er und seine Gefährten. Ich sah, wie sie über die Osmone-Ebene kamen. Durchaus erfahrene Kämpfer scheinen sie. Die Monster wagten sich kaum in ihre Nähe. Kriegsmeister, so wart ihr abermals alleine in der Ebene? Kamt ihr, um uns zu treffen oder steckt noch etwas mehr dahinter? Lasst sie passieren. Die Verantwortung übernehme ich. Wie ihr befehlt, Kriegsmeister. Hast du gehört? Du darfst passieren. Viele Hume in letzter Zeit. Viele Hume. Und wir passieren die Brücke? Verzeih, dass ich mich noch nicht vorstellte. Spinell ist mein Name. Ich bin der Kriegsmeister dieses Dorfes. Für gewöhnlich sind wir Garif nicht so abweisend zu Fremden, doch in Unruhe ist die Welt der Mume. Wachsam müssen wir daher sein. Als oberster Krieger dieses Dorfes will ich dich fragen. Aus welchem Grunde kam ihr zu uns? So, so, ich verstehe. Auch ihr kamt also der nette Zeit wegen. So will ich dir raten, den Häuptling aufzusuchen. Sicher wirst du anfangs verwirrt sein, da wir allesamt Masken tragen. Doch nach einiger Zeit wirst du dich daran gewöhnen und uns zu unterscheiden lernen. Nein. Garantiert nicht. So, zum Häuptling sollen wir also. Zum Häuptling. Äh, der war da lang irgendwo. Erstmal gehen wir zum Tauscher. Oh, Spiel. Nimm nicht. Kann nicht wahr sein. So, einmal zum Tauscher. Kann ich dir helfen, junger Krieger? Solides Garif-Handwerk führe ich. Überzeuge dich von der Qualität. Ja, wir gucken erstmal, was wir zu verkaufen haben. Ein Schlachtmesser. Haben wir hier etwas. Das Barrett kann weg. Das Schild heben wir auf. Die Stiefel können weg. Die hebe ich erstmal auf. Haben wir hier irgendwas? Nein. Dann geht's nur noch hier weiter. Oh, ich brauche mehr von der Wolle. Die bringt schön viel Kohle. Von wem haben wir denn die Wolle gekriegt? Von den Häschen, oder? So, kaufen. Ich will mal bei Rüstung gucken. Was sich, glaube ich, noch nicht lohnt. Ist dir bekannt, dass es Schriften über die Geheimkunst gibt, Monstern mehr Schätze zu entlocken? Es heißt, allein ihr Besitz würde ausreichen. Für jede Kategorie sollen sie Hinweise bieten. Als Händler besäße ich nur zu gern eine. Doch ist mir nicht bekannt, wo sie sich befinden. Äh, wo sie zu finden sind. So, wir schauen mal in die Lizenzen. Was sich nicht lohnt. Okay, dann kommen wir später wieder und sparen uns erstmal das Geld. Oh, Spiel, was machst du denn hier? Äh, wir müssen hier lang, dürfen aber nicht durch. Hinter dieser Brücke befindet sich der Hügel, auf dem der Häuptling weilt. Ohne weiteres kann ich dich nicht passieren lassen, Fremder. Ah, er ist auch wieder da. Konntest du etwas über die Nethelzeit in Erfahrung bringen? Die Dorfalten sind wissend und hilfsbereit. Zaudere nicht, sie zu fragen. Die Dorfalten. Eben, gerade hast du sowas vom Häuptling erzählt, Junge. Dann suchen wir jetzt die Dorfalten. Nannazüchter, Nannazüchter. Und irgendwen müssen wir auch noch anquatschen, wegen enge Doras. Elementkrieger Yu-Giir? Den kannst du noch mal an. Der hat ja bestimmt nicht umsonst einen Namen gezielt. Welches Motiv treibt euch Hume jüngst in die Heimat der Garif? Ist es kindliche Neugier an dem Stein, den ihr Nethelzeit nennt? Nach alter Tradition leben wir, die Fehler der Vergangenheit nicht zu vergessen und weitere zu vermeiden. Wenig wissen wir über euren Stein. Einzig, dass der Stein sein magisches Wesen verliert, ist uns überliefert. Doch neu ist dir diese Erkenntnis nicht, nicht wahr? Nein, ein Dorfweiser, der hat auch einen Namen. Der Häuptling weilt im Norden des Dorfes, hinter der Hängebrücke. Doch wird diese von Kriegern bewacht. Sprich mit Spinell, mein Junge. Mein Junge, eine Bitte möchte ich an dich richten. Könntest du diese Gärte dem Kriegsmeister überbringen? Eine Jaja-Gärte erhalten. Jaja, die können wir nicht bringen. Ich muss mal eben mein Mikro justieren. Das ist zu schwer für den Ständer. Die Sache eilt nicht. Überreiche sie ihm bei nächster Gelegenheit. Ich hoffe, du erfährst, wofür du kamst. Ich muss doch sowieso mit dem Kriegsmeister jetzt schon wieder sprechen. Sonst lassen die mich doch eh nicht durch. Und das mit dem Ton tut mir echt leid, aber ich werde es jetzt nicht nochmal neu starten. Ist dies etwa die Jaja-Gärte, die du bei dir trägst? Jaja, ja, 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 ja. Vom Dorfweisen? Für mich? Ich verstehe, hab vielen Dank. Und so will ich die Gärte an mich nehmen. Erfuhrst du, wofür du zu uns kamst? Doch antworte nicht. Ich kann es deinem Gesicht ablesen. Enttäuschung spiegelt es. So wusste er nicht einmal der Dorfweise von den Nässezeiten. Der Häuptling ist weise, doch ihn zu behelligen... Bitte, ich muss ihn treffen. Ja, ich muss ihn treffen. Ich muss, ich muss, ich muss. Hm, ich verstehe. Gewiss, der Häuptling könnte etwas wissen. Doch einfach so kann ich dir keine Audienz gewähren. Ich bitte euch, ich muss erfahren, was es mit dem Nässezeiten auf sich hat. Seid so gut, den Häuptling zu unterrichten. Von königlichem Blute bin ich. Nachfahren Wraith Walls aus dem Geschlecht der Dalmaska. Euch Garif sind die alten Legenden bekannt. So müsstet ihr auch von den Nässezeiten wissen, die der deines König einst in Händen hielt. Du sprichst kühn, doch wo ist der Beweis deiner königlichen Abstammung? Ihr müsst mir vertrauen. So will ich euch Glauben schenken. Der Häuptling weilt auf dem Hügel hinter dieser Brücke. Geht nun. So, also können wir jetzt über die Brücke, na Gott sei Dank. Und ich glaube, wir sind richtig. Du willst zum Häuptling, Hume? Ja, lass mich durch. So, ich ... ... ... ... Das Nethysite. Du hast es benutzt. Es war nicht ich, die es benutzt. Ich habe es versucht, dass du mir zeigen kannst. So bin ich gekommen. Hm. Wenn du nicht wissen, die Arbeit der Stein, dann sind wir nicht anders. Was? In ages past, the gods made a gift of Nethysite to my people. But the manner of its use eluded us. Displeased by our failure, the gods took back their stones. They chose instead to give them to a human king. Called the Dynast King, he used the Nethysite's power to bring peace to a troubled time. It is a curious thing. Though the blood of King Wraithwar flow through your veins, you cannot wield Nethysite. Cannot wield it? So then, am I to understand you can't tell me how to use the stone? Though it's shame me so to admit. Here before me stands a descendant of the Dynast King himself. And I can accord her no help at all. Still, even if you knew how to use the Nethysite. You would find it of small avail. The mist collected in the stone over ages past is lost. And with it, the stone's power. It would be your posterity who wield the stone in the ages yet to come. This stone is devoid of power. Empty, yet full of thirst. A terrible longing to drink the world dry. The power of man and of magic. Of good and of evil. It is often those who will desire Nethysite whom the Nethysite itself desires. Larsa? 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 I said we ought leave tomorrow. I was going to wait for my escort to return, but meeting you here has presented a greater opportunity. This terrible war can be stopped, but I will need your help to do so. A war? You know the Marquis Ondor leads a group of insurgents. Your pardon? He leads a large resistance force against the Empire. Lady Ash, neither of our countries can afford this now. The Rosarian Empire would stir. They would aid the resistance and use this aid as a pretext to declare war on Arcadia. And Arcadia would have no choice but to answer. Lady Ash, let us go to Bur Omersace. With the blessing of his grace, the Grand Kiltius Anastasus, you may rightly wear your crown. And declare the restoration of the Kingdom of Dalmasca. As queen, you can call for peace between the Empire and Dalmasca, and stop Marquis Ondor. For peace? How dare you say that? The Empire attacked us, stole all we hold dear, and you would have me save them from war? Dalmasca would be the battlefield. What if Netherside were used on Rabbanaster? You know my brother would do this. Forgive me. I presumed over much. I could think of no other way to avoid bloodshed. If you cannot trust me, then please, take me as your hostage. What? You saw him, didn't you? Like at the King's tomb. So you did see him too. But why? It's strange. Before, I didn't even know what you looked like. And the Prince? I barely knew there was a Prince. Who knows? Maybe the person I saw was my brother. Bosch told me about him. He enlisted, right at the end. But for what? He knew he couldn't win. To protect something. How can he protect anything when he's dead? Was it different for Prince Rassler? Did that make sense? Hating the Empire, getting revenge, it's all I ever thought about. But I never did anything about it. I mean, I realized there was nothing I could do. It made me feel hollow. Alone. And then, I'd miss my brother. I'd say stuff like, I'm gonna be a sky pirate. Or some other stupid thing. Just anything to keep my mind off it. I was just, I was running away. I needed to get away from his death. That's why I followed you. You know what? I'm through with it. I'm through running. I'm ready to find my purpose. To find some real answers. Some reasons. If I stick with you, I think I will. I wish I knew. I'll find him. I'd say nothing. No one would ever say nothing. We should have go somewhere. There should be above your head. You need to use it. There should be above him. You need to animate yourself. It has to be.. Well we don't cast out the SUMEN of what? This system is very funny. I stand without you. Uhn? From! You need to do something unprecedented. There is a chance of something My SüdenGhyero começa. Kybotaking thinks! He's done actually everything. Ich werde dich in Beur-O-Mysaes beantwählen. Ich hätte erwartet, dass du ja sagen würdest. Ich bin froh. Mein Herz ist nicht set. Ich habe noch Fragen. Ich hoffe, dass ich eine Antwort finden. Ich hatte andere Grund, um dich zu besuchen. Es gibt jemanden, den ich dich besuchen, auf Beur-O-Mysaes beantwählen. Wer ist das? Ein Feind. Und ein Anliegen. Du musst nur warten und sehen für dich selbst. Das Larsa liebt seine Geheimnisse. Er ist nicht so schlecht. Er ist nicht schlecht. Ansonsten für ein Imperial. Er ist nicht so schlecht. 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 Aber warum? Ich bin froh, dass ich die Nethasite auszusehen. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht zufrieden bin. Ich bin froh. 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 zu dritt, sondern wieder zu viert unterwegs. Pro Grüppchen. Du brichst auf? So nimm dieses Abschiedsgeschenk entgegen. Eine Armbrust und ein Köcher Zwiebelbolzen. Auch möchte ich dir einen freien Schokoborrit gewähren. Mit der Verleiherin sprach ich bereits. Sie warten am Eingang des Dorfes. Sei behutsam auf deinen Wegen. Wenn du wieder in der Nähe bist, statte uns jederzeit einen Besuch ab. Möge die Erde dir gnädig sein. Ja, gratis Schokoboriten, aber noch nicht. So, wir gucken erstmal, wer kann denn die Armbrust tragen. Das war Penelo, genau. Und da müssen wir nochmal wieder rein. Denn ich will jetzt erstmal Enge Doras komplett annehmen. Wir haben noch Enge Doras schon, oder? Erzähle ich jetzt die ganze Zeit was von einem Mob, den wir noch gar nicht angenommen haben? Äh, nein, hier. Da ist Isa. Sehr schön. Das machen wir noch schnell. Wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, weiß ich auch, wo der Auftraggeber zu finden ist. Und wir können auch noch mal ganz kurz hier vorbeischauen und schon mal die Waffe verkaufen von Penelo. Ja, verkaufen. Da, Schlangenrute weg. Ja, ja, ja. Das hast du schon erzählt. Das hast du schon erzählt. Das hast du schon erzählt. Boah. Spiel, krieg dich doch mal bitte ein. So, einmal hier längs. Und dann hier rüber. Da. Da drüben irgendwo. Hoffe ich, denke ich, glaube ich, müsste der sein, der hier steht. Jungalter. Genau, der ist es. Junger Krieger? Kamst du etwa, weil du den Steckbrief Enge Doras sahst? Ach. Große Erwartungen hegt dich in die Ausschreibung als Mob. Mit Spannung harte ich der Ankunft eines mächtigen Kriegers. Willst wirklich du dich dem Monster stellen? Jo. Nun gut. Besser als gar nichts ist selbst ein Kind. Wie... Äh... Was plappere ich da? Kümmere dich nicht um das Geschwätz eines Alten. So will ich dir schnell das Nötigste berichten. Sicher kennst du dich aus in der Osmonebene oder etwa nicht junger Krieger? Kein Stück. Vielleicht sind deinen unerfahrenen Augen die Heilkräuter aufgefallen, die dort gedeihen? Diese sind es, die Enge Doras zertrampelt. Normalerweise kümmern sich die Krieger des Dorfes um das Biest. Doch diesmal sind sie verhindert. So lass mich doch... So lass mich dich bitten, junger Krieger. Enge Doras beansprucht das Schluchttal im Osten der Smonebene für sich. Der Krieger Heisem kennt die Wesenszüge dieses Monsters genauer. Du solltest ihn an der Brücke am Fuße dieses Hügels antreffen können. Wende dich an ihn, um Näheres zu erfahren. Ich wünsche dir Glück, junger Krieger. Sicher kannst du es brauchen. Ja, vielleicht. Wir machen auf jeden Fall jetzt Jagd auf Enge Doras. So Heisem, ja. Am Fuße der Brücke. Schauen wir mal. Den quatschen wir natürlich auch noch an. Auch wenn ich noch weiß, was zu tun ist. Denn das hatte ich auch schon eigentlich gemacht in der alten Aufnahme. Aber was soll's. Also in der Aufnahme, die ihr niemals sehen werdet, weil sie keinen Ton hatte. Was beim Spiel mit Videosequenzen sehr schlecht ist, wenn kein Spiel-Sound dabei ist. Von Enge Doras soll ich dir berichten? Ah, sicher hat es etwas mit diesem, wie nennt ihr das gleich noch, Mob zu tun? Revier dieses wilden Sluxis ist das Schluchttal im Osten der Osmone-Ebene. Doch hat er nicht viel für die U's übrig, die dort herumstreifen. Um ihn herauszulocken, müssen erst die U's im Tal ausgeschaltet werden. Lege dich dann in einiger Entfernung auf die Lauer. Meine Erfahrung als Jäger hat mich gelehrt, dass Enge Doras dann nach einiger Zeit auftaucht. Jo, das heißt U's töten, Gebiet wechseln, wieder rein in das Gebiet. Und Enge Doras sollte da sein, wenn wir alles richtig machen. Und das mit dem Sound vom Spiel tut mir echt leid. Aber ich habe auch nicht die Zeit, jetzt den Emulator 10.000 mal neu zu starten. In der Hoffnung, dass sich das einkriegt. Vielleicht kriegt sie es ja auch so mit der Zeit wieder ein. Zwischenzeitlich geht es ja immer mal. Wir werden mal kurz speichern, vorsichtshalber.